AFK Medienausbildung in Bayern Ihr hört das Münchner Radioprogramm des AFK M94.5 Im Studio ist heute Olivia Mahan und natürlich bin ich nicht alleine. Meinen Gast kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Er hat nämlich seit 2008 eine Kochsendung Dinner for Everyone. Und da lädt er sich prominente, aber auch nicht prominente Gäste ein. Und ihr unterhaltet euch, aber ihr kocht auch zusammen. Herzlich willkommen Volker Westermann. Guten Tag. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, und das ist auch sehr bemerkenswert, Volker ist nur 1,20 m groß und sitzt im Rollstuhl. Er hat nämlich die Glasknochenkrankheit. Vielleicht kannst du uns gleich einfach mal zu Beginn erzählen, was ist genau die Glasknochenkrankheit? Also manche stellen sich ja vor, dass man da richtig gläserne Knochen im Körper hat. So ist es natürlich nicht. Die Glasknochenkrankheit ist eben ein Defekt, ein genetischer Defekt des Knochenbaus, der Knochensubstanz. Das Kalzium wird nicht richtig eingebaut und damit sind die Knochen dann eben brüchiger als andere normale Knochen. Man muss dann dementsprechend ein bisschen mehr aufpassen so im Alltag. Man muss eben wissen, was man tun darf und was man halt bleiben lassen sollte. Das heißt, die Knochen brechen öfter? Wenn man nicht aufpasst, brechen sie schneller. Öfter muss gar nicht sein, aber sie sind empfindlicher. Und du sitzt ja jetzt im Rollstuhl, aber das ist nicht immer so, wenn man die Glasknochenkrankheit hat. Gut, du hast ja schon erwähnt, ich bin 1,20 m groß und ich habe mich relativ früh eigentlich entschieden, den Rollstuhl als Hilfsmittel, als Fortbewegungsmittel eigentlich zu nutzen, damit ich einfach nicht auch übersehen werde. Wenn ich jetzt laufen würde und einkaufen gehen würde zum Beispiel, ich käme ja an kein Regal dran, ich käme nicht an einen Einkaufswagen dran. Es gibt ganz viele praktische Dinge, die so viel schwieriger wären und deshalb habe ich mich für einen Rolli entschieden und bin damit einfach wesentlich mobiler und schneller und wendiger, als wenn ich laufen würde. Das heißt, als Kind hast du praktisch ganz normal laufen gelernt und irgendwann haben deine Eltern dir dann gesagt, probierst du einen Rollstuhl? Nee, 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 so kann man es eigentlich nicht sehen, also, oder nicht, so kann man es eigentlich nicht sagen. Es war schon so, dass ich nie richtig gehen konnte. Ich habe immer Krücken gebraucht, das ist so diese Gehstützen, bin als Kind auf dem Dreirad umher gedüst und so, aber auch mit den ganzen anderen Kindern in der Straße immer unterwegs gewesen, trotz dieses Dreirads und ich empfand es eigentlich für mich immer mehr als Qual, mit diesen Gehstützen da laufen zu müssen, weil ich mit dem Fahrrad, mit dem Dreirad wesentlich schneller war. Es war natürlich auch bequemer, faul bin ich natürlich auch noch gewesen. Es war auch schmerzhaft, diese Lauferei und diese Überreihe und ich habe immer zu meinen Eltern gesagt, wozu brauche ich das? Die haben mich da in der Krankengymnastik, in der Physiotherapie immer gequält damit und ich wusste eigentlich für mich schon recht früh, no need for it. Ich habe es einfach nicht gebraucht. Wann hast du dann das mit dem Rollstuhl mal ausprobiert? Da war ich vielleicht so acht, neun und ja, ich wollte einfach dann auch mit den anderen Kids irgendwie altersgerecht auch zusammen sein und da war natürlich ein Dreirad nicht mehr angebracht. Und dann hatte ich eben meinen eigenen Rollstuhl und habe dann eben auch so Kippeln geübt und auch richtig auch Umfallen geübt, so nach hinten auf eine Sport-, so eine Turnmatte, dass eben nichts passiert und bin dann mit diesem Rollstuhl immer besser zurechtgekommen und mein Rollstuhl, das ist bis heute so, wenn ein neuer Rolli kommt, den ich bestelle, dann ist das echt wie Weihnachten für mich, weil es einfach cool ist. So ein neuer Rolli ist wie ein tolles Fahrrad eigentlich für mich. Weil viele verbinden Rollstuhl ja immer mit einem Schicksalsschlag. Für mich ist das genau andersrum. Und ich habe ihn dann damals, als ich dann so 14 war, da kam dann so Schwarzlicht und Disco und so, da habe ich dann eben gemeint, ich müsste ihn streichen, weiß streichen, damit er in der Disco eben leuchtet. Jetzt hat mir irgendein Freund Heizungsfarbe gegeben, die muss eigentlich einbrennen. Und ein Rollstuhl wird eigentlich, es sei denn, man geht damit in die Sauna, nicht so wirklich warm. Das heißt, ich hatte also einen völlig verklebten, weißen Rollstuhl. Die Klamotten waren ständig dreckig, der Rollstuhl sah siffig aus wie nichts Gutes. Wir mussten den wegschmeißen. Meine Eltern mussten meiner Krankenkasse dann erklären, warum ich relativ kurz hintereinander zwei Rollstühle brauche. Sie konnten ja nicht erklären, der hat ihn angestrichen. Und also so Schandharten habe ich eigentlich auch immer gemacht und habe eben mit diesem ganzen vermeintlichen Schicksal immer extrem humorvoll zu tun gehabt und bin eben extrem spaßig bis heute damit umgegangen. Ihr hört Schwabilon, die Talksendung auf M94.5. Unser Studiogast ist heute der Fernsehkoch Volker Westermann und der hat schon seit seiner Geburt die Glasknochenkrankheit. Du hast uns ja gerade schon ein bisschen was von deiner Kindheit erzählt. Wie sind denn deine Eltern mit der Behinderung umgegangen? Also der Standardsatz meines Vaters war eigentlich immer, ein Armbruch ist kein Beinbruch. Und genau so sind meine Eltern auch mit dieser Behinderung und mit dem Kind mit dieser Behinderung umgegangen. Wir sind auch mit gebrochenen Gräten, sag ich mal, ins Wohnmobil gestiegen und in Urlaub gefahren. Und haben dann auch die Ärzte immer so ein bisschen beschummelt, haben dann zwar diesen Verband dran machen lassen. Und ich habe selbst aber gespürt, wann man den dann auch wieder abmachen konnte zum Beispiel. Und ganz vieles ist, ja, einfach auch Gefühl. Du merkst selbst am besten, was gut für dich ist, wann es nicht mehr wehtut. Ein Bruch heilt eigentlich so relativ normal, schnell, manchmal sogar schneller, also vielleicht so drei, vier Wochen. Und dann war ich eigentlich auch wieder fit und hergestellt und habe mich dann auch wieder selbst bewegt und war aktiv. Hast du dir oft was gebrochen in der Kindheit? Wenn ich jetzt sage, nur neunmal, dann denken die Zuhörer da draußen, oh Gott, so oft. Aber wir kennen eben Leute, die haben so in ihrer Kindheit und in der Jugendphase so 250, 300 Brüche gehabt. Ohne Probleme, ja. Was war denn so der Standardbruch? Der Arm, der Oberarm, der war Standard. Eben durch dieses Dreirad und da ich eben mit nichtbehinderten Kindern auf der Straße gespielt habe, kam das mal ganz schnell, dass das Dreirad halt mal mit mir umgefallen ist. Und die eine Geschichte war eben, dass ich mit einem schon gebrochenen Arm Dreirad gefahren bin und dann auf diesen gebrochenen Arm, der eigentlich schon fast wieder verheilt war, draufgefallen bin. Ich habe gemerkt, es ist wieder was und dann hat mein Vater gesagt, weißt du was, wir fahren überhaupt nicht zum Arzt, wir lassen den Gips einfach dran und du sagst, wenn es nicht mehr wehtut. Naja, dann hat es dann zwei, drei Wochen länger gedauert, aber das war, ja, also zu der Frage, was so der klassische Bruch war, das waren eigentlich die Oberarme. Ja, also wie gesagt, es waren meistens dann so Fahrradunfälle. Du gehst da so locker damit um, aber ein Bruch, habe ich gelesen, tut genauso weh wie ein normaler Bruch bei dir, oder? Man sagt ja, man hat kein Schmerzgedächtnis, da ist Gott sei Dank was dran, das stimmt natürlich. Es tut sehr, sehr weh, es gibt aber auch Medikamente natürlich gegen die Schmerzen und die ersten Tage sind eigentlich so das Schlimmste wie bei jedem anderen, der sich mal irgendwie beim Skifahren oder sowas gebrochen hat, das ist unangenehm, das ist schmerzhaft. Ich hatte immer das Glück, gerade Durchbrüche zu haben, wenn es splittert, musst du halt operieren. Das Pech hatte ich nicht, sondern immer glatte Durchbrüche, gegipst, warten, gut. Und insofern, du trainierst das irgendwie, wie soll ich das erklären? Also es ist einfach bekannt, dass es passieren kann und wenn es passiert, ist es aber kein großes Drama mehr, obwohl es schmerzhaft ist. Aber meine Eltern sind dann auch immer sehr intensiv auf mich eingegangen in der Zeit. Sie haben mir dann im Winter mal auch Schnee in so einer Waschwanne geholt, wenn ich nicht in den Garten konnte. Da haben wir halt eben drinnen Schneemann gebaut, so in dieser Schüssel dann. Und sie haben eigentlich immer versucht, auch die ganze Geschichte zu kompensieren. Das klingt ja jetzt eigentlich, als hättest du eine recht normale Kindheit gehabt, wenn man das so sagen kann. Das war auch so. Das war wirklich so. Also durch die Kontakte auch in unserem Ort, wo ich aufgewachsen bin, in Pirkenau, das ist bei Heidelberg. Ich war dann auch im Jugendchor und im dortigen Kindergarten und in der Konfirmationsgruppe und so. Ich hatte eben viel, viel Kontakt auch mit nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen. War aber in einer Behindertenschule, weil mich die örtliche Schule nicht wollte. Und habe dort eben dann die Erfahrungen mit behinderten Kindern und Jugendlichen auch gemacht. Und einer davon, Frank Kaufmann, ist heute eigentlich mein bester Freund, mein langjährigster Freund. Auch mein Trauzeuge. Ich war bei ihm Trauzeuge. Und wir pflegen wirklich noch eine sehr herzliche Freundschaft. Und hast du dich irgendwie beeinträchtigt gefühlt? Also hast du das Gefühl gehabt, dass dir was fehlt durch deine Behinderung? Oder bist du da immer ganz positiv damit umgegangen? Also ich denke mal, dass man vielleicht raushört, dass ich wahrscheinlich keine negativen Einschränkungen irgendwie hatte. Nee, ich war eigentlich immer dabei und wie es ging und war auch immer so ein bisschen die treibende Kraft. Die haben mich dann irgendwann mal auch in so einer blauen Regenfasstonne auf der Straße rumgerollt. Meine Mutter ist wirklich tausend Tode gestorben oben am Fenster. Aber ich war wirklich immer mittendrin statt nur dabei, wie der schöne Werbeclaim heißt. Ich war wirklich immer voll dabei und auch mit wirklich Herz und Hirn bei der Sache. Und ich habe gerne gespielt, ich lebe gerne und das zieht sich eigentlich durch mein ganzes Leben bis heute. Also du warst zuerst auf der Behindertenschule, hast du erzählt, aber am Ende hast du dann ja Abitur gemacht und studiert. Hat das alles so gut geklappt oder sind dir da irgendwie Steine auch in den Weg gelegt worden? Also dazu muss man sagen, dass das eine Körperbehindertenschule war. Also ich habe dort mein Abitur gemacht, bis auf meinen Leistungskurs in Kunst. Den konnte ich dort nicht machen. Den habe ich dann an einem Nichtbehindertengymnasium, an einer Regelschule in dieser Stadt gemacht. Und habe dann eben auch mit den Nichtbehindertenleuten Klassenfahrten mitgemacht. Und diese ganze Kunstleistungskurszeit eben mit denen verbracht. Und meinen anderen Leistungskurs oder den anderen Leistungskurs Englisch dann eben in der Behindertenschule. Und dann wurde mein Leben ein bisschen nicht mehr so ganz geradlinig, weil mir zwischen meine Studienpläne eigentlich dann meine große Liebe dazwischen kam. Und ich dann mich quasi entschieden habe, ohne lange zu überlegen, naja gut, du kannst ja dann eingeschrieben bleiben an der Uni. Jetzt gehst du aber mal erst zu deiner Iris und mit deiner Iris gehst du mal nach Hamburg. Und dann sind wir erst mal in Hamburg hängen geblieben. Dann habe ich dort ein Volontariat angefangen bei MME. Viele erinnern sich vielleicht noch an Bravo TV und solche Geschichten. Und da habe ich eben mein Volontariat gemacht. Und irgendwann war für mich klar, ich gehe nicht mehr zur Uni zurück. Und ich bereue wirklich nichts, was ich da entschieden habe. Obwohl es natürlich so, wenn ein Bildungsweg dann solche Haken schlägt, das für die Eltern und die Familie nicht immer so sehr beruhigend ist. Okay, wir unterhalten uns gleich weiter. Aber du hast uns ja auch Musik mitgebracht. Das erste Lied ist Voyage, Voyage von Desireless. Kannst du uns ein bisschen was zu dem Lied erzählen? Ich hatte immer irgendwie so eine Affinität zu Fernsehen, zu Radio, zu Kassetten und Kameras und allem. Und ich habe dann bei meinem Papa an der Stereoanlage gesessen und mir meine eigenen Maxi-Singles gemischt. So mit Rekord und Stopp und Pause und dann beim passenden Punkt loslassen. Und eine Single davon war eben Voyage, Voyage. Und das erinnert mich eben so an die späten 80er, als ich dann eben auch so wirklich anfing. So diese Maxi-Geschichten da selber zu mischen. Und ich habe dann mit meinem Freund Frank zum Beispiel auch Radiosendungen selbst gestaltet, redaktionell vorbereitet. Also von der Musikauswahl über die Themen, Umfragen im Ort gemacht zum Thema Behindertenparkplätze, Sportnews, Wetter, Verkehr. Alles komplett und alles an der heimischen Stereoanlage aufgenommen. Mein Papa wollte immer Musik hören, aber ich habe ihn nie rangelassen. Okay, dann hören wir jetzt Voyage, Voyage von Desireless. Volker Westermann, der Moderator der Kochshow Dinner for Everyone, ist bei mir heute im Studio. Du hast ja schon bei Alfred Biolek oder bei Bravo TV gearbeitet. Wie kam es dazu, dass du dann eine eigene Kochsendung bekommen hast? Also als ich 1999 bei Alfred Biolek Praktikum machen durfte, habe ich natürlich nicht geahnt, dass es mal so weit kommt, dass ich mal selbst vor der Kamera kochen werde. Und besonders gefreut hat es mich dann natürlich, dass Alfred Biolek dann eben auch mal in meiner Sendung war, weil wir uns eben schon ganz, ganz, ganz lange kennen. Er war Schirmherr unserer Behindertengesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Glasknochenbetroffene, die eine sehr, sehr gute Arbeit machen und durch Biolek eben dann auch bekannter geworden sind. Was sehr wichtig ist, gerade für Eltern, die jetzt ein kleines Kind mit Glasknochen haben und Informationen brauchen. Und Biolek hat da wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Und über die Jahre waren wir dann eigentlich befreundet, mehr und mehr. Und dann hat er mir eben die Chance gegeben, nach Köln zu kommen, dort ein Praktikum zu machen. Und ja, das war 1999. Und 2008, also neun Jahre später, war es dann für mich eben so weit, dass ich die Möglichkeit hatte, in der jetzigen Firma, die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien hier in München. Wir haben uns überlegt, was können wir showmäßig mal ausprobieren. Wir wollten mal ein anderes Format entwickeln, ein bisschen was anderes, was schräges, unterhaltsames. Und irgendwie bei einem Spaziergang, glaube ich, zum Mittagessen, hat der Kollege und ich, hatten die Idee, Mensch, wir machen irgendwie mal so eine Kochgeschichte, so eine Kochshow mit Behinderten, mit Promis. Wie nennen wir das? Rolling Dinner, Dinner, für wen ist dieses Dinner? Und dann entstand Dinner for Everyone und dann habe ich einfach mal ausprobiert. Dann habe ich auch geguckt, welche Gäste hätten Interesse zu kommen. Gerade bei den Promis war es am Anfang sehr schwierig, bei Behindertengästen war es nicht ganz so problematisch. Und jetzt mehr und mehr habe ich eben die Möglichkeit, auch ganz, ganz tolle Gäste in meiner Show begrüßen zu können. Die nächsten sind schon in den Startlöchern mit Olivia Jones oder Lace Aldine. Das sind schon für mich ganz, ganz große Top-Gäste, wo ich mich sehr, sehr drauf freue. Kannst du vielleicht für unsere Hörer, die die Sendung noch nicht gesehen haben, mal erzählen, wie läuft die so ab? Konzipiert ist es eigentlich wie eine Küchenparty, möglichst spontan, möglichst locker, möglichst offen. Das heißt, die Gäste sollen im Studio sich so wohl fühlen, als wären sie bei mir zu Hause in der Küche. Da darf auch mal was runterfallen, da darf auch mal was anbrennen, es darf auch mal ein Weinchen oder ein Bierchen getrunken werden. Das schafft die Lockerheit, die meine Gäste dann vielleicht auch inspiriert, Dinge zu erzählen, die sie in einer klassischen Talk-Runde, in einer klassischen Talk-Situation vielleicht so nie erzählen würden. Es ist einfach spannend, wenn ein Rollstuhlfahrer, der vielleicht jetzt auch nicht so mobil ist und auch von der Motorik nicht so gut klarkommt, sich dann meinetwegen von Olivia Jones jetzt zum Beispiel helfen lässt irgendwie. Oder Bettina Tidjen schüttet dann mal irgendwie die Nudeln ab und rennt dann quer durchs Bild und Bernhard Hohäcker rollt irgendwie Nudeln in einer Nudelmaschine und behängt sich dann damit, weil die ja zum Trockenen aufgehängt werden müssen und so. Da entstehen wirklich ganz schräge Situationen, die man so tatsächlich in keiner Kochshow sieht. Das höre ich so ein bisschen raus, dass Kochen eine Leidenschaft von dir ist. War es schon immer. Wenn ich mit meinen Eltern früher essen war, wollte ich das zu Hause immer nachkochen. Ich wollte eigentlich immer das probieren, was andere gemacht haben. Das fängt zum Beispiel noch viel früher beim Kasperle-Theater an. Ich wollte immer mitspielen. Ich wollte nie zugucken. Ich wollte immer wissen, wie es da hinter der Bühne aussieht. Und ähnlich war es dann beim Kochen. Ich habe immer mitgeholfen, habe immer meiner Mutter zugeguckt beim Kochen, fand es immer sehr spannend. Und dann kam halt die Zeit, wo ich dann halt auch selbst dann mal die Möglichkeit hatte, mit einer eigenen Wohnung, Apartment bei meinen Eltern damals. Da habe ich mir dann auch die ersten Rezeptbücher gekauft und habe dann einfach rumprobiert. Und das ist dann manchmal gut geworden. Ich erinnere mich an einen Weihnachten, da war es nicht gut. Da war dann der komplette Familienfrieden dahin, weil ich eine Stinkwut hatte, dass mir meine Steaks zu trocken geworden sind. Da war ich immer Perfektionist. Ich musste das alles wirklich auf den Punkt haben. Und dann Weihnachtsmenü. Ja gut, aber es bleibt in, naja, mittlerweile doch recht guter Erinnerung. Und aus Fehlern lernt man. Und ich wollte es eigentlich immer verbessern. Und ja, heute kann ich eigentlich sagen, koche ich vielleicht ganz gut, obwohl mir das ein oder andere auch immer noch passiert, wie jedem. Wie wird deine Sendung denn angenommen? Wie ist so das Feedback, was du von den Zuschauern bekommst? Durch diese ganze Social-Media-Geschichte bekommt man ja ein direktes Feedback. Gerade auf meiner Facebook-Seite ist es toll, was die Leute schreiben zur Sendung. Oder sie regen an, lad doch mal den und den Gast ein. Oder wie gingen das und das mit dem und dem Rezept und so weiter. Jetzt vor ein paar Tagen hat mich ein Mensch aus Koh Samui aus Asien angeschrieben, der mich über Facebook kannte. Und hat mich eben gefragt, ob ich nicht Botschafter für seine Stiftung Power Hearts werden will. Er kümmert sich also dort in Asien um schwerkranke Kinder, die eben eine lebensbedrohliche Krankheit haben und dringend eine Operation oder sowas brauchen. Und er sammelt eben Gelder. Er ist Sänger und gelernter Koch, witzigerweise. Und so ein Projekt finde ich natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und da sind wir gerade so ein bisschen am Verknüpfen und schauen, was denn auch zusammen mal möglich wäre und so. Und solche Dinge finde ich eben auch spannend. Und das ist Gott sei Dank durch Facebook möglich. Hast du auch schon irgendein Highlight in deiner Sendungsgeschichte von Dinner for Everyone, dass du sagst, naja, diese Sendung, die war echt perfekt? Oder hast du eine Sendung, wo du sagst, da ist echt alles schiefgegangen? Naja, wo alles schiefgegangen ist, das würde ich ja jetzt nicht hier sagen. Aber es gibt zwei Sendungen, na, ich kann es eigentlich nicht so. Also es gibt mit Sicherheit mehrere Sendungen, die mir sehr am Herzen liegen. Und wenn ich zwei hervorheben sollte, dann ist es natürlich der Altmeister der Kochshows, Alfred Biolek, der zusammen mit meiner Frau dann da war, weil wir uns eben auch zu dritt schon ganz gut kennen. Und die Sendung mit Yared Dibaba zum Beispiel, das ist der farbige Moderator vom NDR, der sieben Sprachen fließend spricht und eben fließend Plattdeutsch auch kann, mit Martina Hell. Das ist eine Kellnerin vom Essen im Dunkeln. Kellnerin sagt man nicht mehr, das heißt Servicekraft. Und die gute Frau ist eben komplett erblindet. Und wir hatten wirklich Spaß. Es war eine ganz harmonische, liebevolle, lustige, tolle Geschichte, tolle Sendung. Und sowas erfüllt mich dann wirklich immer mit großer Freude, dass es meinen Gästen eben auch Spaß macht. Und mit Bettina Tidjen, ebenfalls vom NDR, das war auch eine super Geschichte, mit einer Moderationskollegin aus München auch. Es lief keine Sendung wirklich ganz schlecht, das kann ich so sagen. Okay, du hast uns noch ein Lied mitgebracht, Pink Floyd, High Hopes. Was ist denn dazu, die Geschichte? Ja, es gibt Pink Floyd ja in der klassischen Form leider nicht mehr. 1994, ich hatte irgendwie gerade kurz meinen Führerschein, habe ich einen Freund geschnappt. Ich habe damals eben noch in der Heidelberger Ecke gewohnt und habe gesagt, lass uns mal einfach nach München fahren. Und da spielte dann, ich weiß es echt noch genau, am 4. August spielte Pink Floyd hier im Olympiastadion. Und wir haben natürlich keine Karten gekriegt. Und haben dann überlegt, wie kommen wir an VIP-Tickets. Und er war auch so ein Medienmensch irgendwie, der hat, ich glaube, der arbeitet heute auch beim Radio oder beim Fernsehen, ich glaube, er ist in Bamberg. Und dann hat er gesagt, nee, weißt du was, wir gründen jetzt mal ganz schnell auf dem Papier ein Management. Was auch immer wir managen, ist eigentlich egal, wir machen das jetzt mal. Haben also ein Briefpapier gestaltet, irgendwo ausgedruckt und haben das zu VW, dem damaligen Sponsor. Darf man das sagen? Und haben das zu einem großen Sponsor der damaligen Pink Floyd Tournee geschickt. Wir kamen direkt an den Marketingchef und den haben wir so zugequatscht, dass der uns am VIP-Eingang tatsächlich zwei Pässe hinterlegt hat. Und ehe wir uns versahen, es war so ein knallheiser Tag wie heute, also weit über 30 Grad warm, saßen wir dann auf einmal in einer schicken VIP-Lounge mit Freigetränken, mit Essen, mit den ganzen Promis links und rechts. Und konnten mit bester Sicht bei traumhaftem Sommerwetter diese mega Pink Floyd Show sehen. Und dieses Lied verbinde ich eben damit. Zu Gast ist heute Fernsehkoch Volker Westermann. Wir haben schon über deine Glasknochenkrankheit geredet. Hast du im Alltag mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen, weil du behindert bist? Das ist von Mensch zu Mensch, dem du begegnest, natürlich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die machen einem das Leben schwer und es gibt Menschen, die machen einem das Leben leicht. Das ist bei jedem, glaube ich, so. Und bei den meisten muss ich aber sagen, dass die Kommunikation stimmt. Dass man toll mit ihnen klarkommt, auch wenn man mal schnell auf Hilfe angewiesen ist, auch im Supermarkt mal aus dem Regal irgendwas braucht oder so. Wer sagt da nein? Also die meisten Menschen sind hilfsbereit und haben Gott sei Dank auch so ein offenes Herz und auch so eine soziale Kompetenz, dass man da eigentlich kein Nein hört. Und ansonsten, man muss ja auch nicht mit jedem gut freund sein. Das lernt man auch über die Jahre, auch über viele Enttäuschungen, die vielleicht auch so im privaten Bereich waren. Und dann muss man eben sehen, welche Menschen einem gut tun. Und die machen die Behinderung eigentlich dann total vergessen. Die meisten Freunde von uns sagen auch, wir kriegen eigentlich nicht mehr mit, dass ihr behindert seid. Also ihr sage ich deshalb, weil meine Frau eben auch im Rollstuhl sitzt. Und wir rollen eben ganz bequem und ziemlich glücklich so durch unser Leben. Und negative Erfahrungen, die steckst du dann einfach weg? Ich habe sie tatsächlich nicht so oft, diese negativen Erfahrungen. Es gibt eher so lustige Sachen, wo ich mich dann eigentlich ärgere, dass ich es nicht aufschreibe. Wir hatten mal eine Situation, dass wir mit dem Auto an eine Tankstelle gefahren haben, haben irgendwie so einen Mensch, der da auch getankt hat, angesprochen und gesagt, ob er uns mal schnell für einen Zehner tanken könnte. Und da hat er gesagt, er hätte nicht mehr so viel Geld dabei. Und das ist natürlich total witzig, ne? Und diese Sachen, sowas muss man sich einfach merken oder aufschreiben. Da könntest du Bücher schreiben. Es ist sehr lustig. Also ich hatte irgendwie mal auf dem Weihnachtsmarkt so eine Nikolausmütze auf. Und dann hat eben ein Kind gesagt, guck mal, da ist ein ganz kleiner Nikolaus im Rollstuhl. Und sowas finde ich einfach süß und nett und toll. Und es sind eigentlich mehr die humorvollen, schönen Begegnungen, die man sich behält. Und das muss, glaube ich, auch sein. Und es ist wichtig, wenn du so einen Filter auch hast. Gibt es aber dann irgendwelche Sachen im Alltag, die bei dir ganz anders sind als bei mir zum Beispiel, die du ganz anders machen musst? Meine Küche ist 70 Zentimeter hoch. Das ist vielleicht das Einzige. Also praktisch so eine Zwergenküche. Genau so. Also du müsstest dich, wenn du bei mir kochen wolltest oder spülen wolltest, hinsetzen. Aber bei dir zu Hause kochst ja eh du deshalb. Eben, genau. Das heißt, du kommst vorbei und lässt dich sowieso von mir bekochen. Wir wohnen ja auch gar nicht so weit auseinander. Der Weg liegt ja quasi direkt nah. Gibt es irgendwelche Sachen, die du gerne machen würdest, aber die mit Behinderung einfach nicht gehen? Nein. Gar nichts? Ab und zu überlegen wir mal, wir würden vielleicht Fahrrad fahren, wenn wir es könnten. Das wäre so eine Sportart, wo wir Spaß dran hätten. Beide. Meine Frau nicht. Alles andere. Wir wären wahrscheinlich als Fußgänger keine großen Wanderer, keine großen Basketballspieler, Fußballer, Skifahrer. All das wären wir, glaube ich, nicht. Denke ich nicht. Insofern, wir waren vor zweieinhalb Jahren auf einer großen Südostasien-Tour. Wir haben Mexiko sehen dürfen. Wir haben die USA, Kanada bereist. Was will man mehr? Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich und dankbar für das, was wir tun können. Und ja, geht nicht, gibt es nicht. No Limits. Wie empfindest du denn das, wie mit Behinderung in der Gesellschaft umgegangen wird? Ist es ausreichend? Sind wir da ausreichend aufmerksam? Wir sind auf einem sehr guten Weg. Da bin ich der Überzeugung. Und es ist Arbeit der behinderten Menschen, nicht nur der Nichtbehinderten. Ich finde es immer wichtig, dass du als Rollifahrer auch auf die Menschen zugehst. Dass du so offen bist, dass es keine Berührungsängste gibt. Weil eben nichts schlimmer ist, als jetzt ein unfreundlicher Mitmensch, auch ein behinderter Mensch kann ja unfreundlich sein. Der erzeugt Angst. Und der erzeugt eigentlich eine Trennung. Wenn man aber offen und freundlich auf die Leute zugeht, und das gilt für Behinderte wie Nichtbehinderte gleichermaßen, dann könnte so viel sehr viel einfacher sein. Das begreifen nur die wenigsten. Du machst ja auch Aufklärungsarbeit, hast du vorher erklärt. Kannst du das nochmal kurz erzählen? Wir haben jetzt ein sehr spannendes Projekt mit der Aktion Mensch zusammen. Das ist eine Reihe, eine Filmreihe, wo es um Lehrfilme für Menschen mit geistiger Behinderung geht, die selbstständig wohnen und die Alltagssituationen erklärt bekommen sollen. Das heißt, was tue ich auf einer Bank, was mache ich auf der Post, auf dem Rathaus, beim Arzt und so weiter. Die mit einfacher Sprache, mit einfachen Bildern gezeigt bekommen, du brauchst keine Angst haben, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Schau dir diesen Film, schau dir dieses Spiel an, wollen so ein kleines Büchlein dazu machen, wo man eben in der Situation auch nochmal schnell nachblättern kann. Wie ging das jetzt am Bankautomat zum Beispiel? Wo man die Leute einfach so ein bisschen an den Alltag heranführt. Und ich denke, dass dieses Projekt auch eben was für Jugendliche ist, für Menschen mit Migrationshintergrund ist, für ältere Menschen ist, für ganz viele eigentlich sein könnte. Und das ist eine sehr, sehr spannende Sache, die ich jetzt mit zwei Grafikern zusammen, die auch drehen mit mir, gerade produziere. Und die zeichnen eben da eine Figur, das ist unsere Spielfigur Kim. Die wird dort reingezeichnet und gibt auch eine Facebook-Seite. Und die Reihe heißt Kim Kanz und wird sich natürlich dann auch erweitern. Und ich hoffe natürlich, dass über Facebook und so weiter auch Feedback kommt von den Nutzern, die vielleicht auch Anregungen haben, was sie sich noch wünschen, was Kim so tut. Und das ist eine sehr spannende Sache. Volker Westermann ist heute zu Gast. Er hat die Glasknochenkrankheit und sitzt im Rollstuhl. Trotzdem hat er aber eine Kochsendung unter anderem auf Sport1. Du hast es ja nicht immer leicht gehabt im Leben, das hast du schon erzählt. Aber trotzdem hast du so eine positive und fröhliche Art. Was gibt dir denn Kraft? Meine Familie. Das ist die einfachste Antwort dazu. Mein Freundeskreis. Es ist wirklich so, dass ich mich auf meine Leute nicht nur verlassen kann, sondern ich kann mich anlehnen, was viele vielleicht nicht behaupten können. Und ich bin gerne in meinem Elternhaus. Ich bin gerne bei meinen Schwiegereltern. Ich bin gerne mit meiner Frau unterwegs, auch mit meinen Freunden unterwegs. Wir fliegen manchmal auch alle zusammen mal aus Spaß nach Hamburg und erleben einfach so viel gemeinsam, dass das eigentlich eine ganz große Kraftquelle für mich ist. Du hast ja vorher schon ein bisschen erzählt, dass du glücklich verheiratet bist mit der Iris Westermann und die hat auch die Glasknochenkrankheit. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Naja, das ist immer so ein bisschen eine klassische Geschichte, wo lernt man sich kennen, wenn man beide die gleiche Behinderung hat. Natürlich auf diesen Vereinstreffen, das ist genau wie bei den Hasenzüchtern, da lernen sie dich auch kennen, weil du Karnickel züchtest. Und so hat uns halt eben die Behinderung im Prinzip zusammengebracht, weil sie eben in Nordrhein-Westfalen gewohnt hat und ich in der Heidelberger Ecke, wie schon erwähnt. Und wir hätten uns nie kennengelernt, hätten wir nicht diese Behinderung. Und ich bin auch immer wieder auf diesen Tagungen und sage, ey, super, ja, wenn ich diese Behinderung nicht hätte, würde ich auch diese coolen Leute nicht kennen und eben auch meine Frau nicht. Und so kamen wir zusammen und jetzt sind das 16 Jahre inzwischen. Und es war Liebe auf den ersten Blick? Nee, nein, keine klassische Love-Story, überhaupt nicht. Nein, nein, ähnlich schräg wie unser beider Lebensweg war dann auch unsere Kennenlernphase und das ging über teilweise sogar, ich komme doch nicht zu deinem Geburtstag und ja, jetzt kommen wir vorbei und hin und her. Also es war schwierig, wie bei allen anderen auch. Und was macht ihr jetzt so in eurer Freizeit? Kochen und verreisen. Man kann es vielleicht auf die beiden Standbeine runterbrechen. Runterbrechen als Glasknochen-Mensch ist natürlich ein super Ausdruck. Nee, ich denke, dass es das schon ist. Also kochen und verreisen, das ist wirklich unsere Leidenschaft. Wir leben sehr gerne sehr intensiv mit den Dingen, die wir tun können und das ist eben nicht wenig. Und wir gehen gerne essen. Wir treffen gerne Leute. Und das ist unsere Freizeit, so simpel wie es klingt. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du sagst, verreisen geht es so einfach. Es ist immer so einfach, wie man es sich macht. Man muss an manche Dinge mit einer gewissen Kalkulation und Organisation, aber auch mit einer Portion Naivität rangehen. Hätten wir Asien damals so durchkalkuliert, hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Wir haben einfach gesagt, jetzt muss es sein. Wir wollen das sehen. Wir wollen dahin. Wir trauen uns jetzt. Jetzt oder nie. Und das ist, ja sicher, manchmal ist das wahrscheinlich auch gefährlich. Aber nun, das ist für andere das Leben auch. Und wir haben es gewagt. Und wir sehen halt sehr oft, dass wir dadurch eigentlich mehr gewinnen als verlieren. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch erreichen oder das möchte ich im Leben noch machen? Was ich mir natürlich wünsche, wäre ein wesentlich besserer Sendeplatz, als ich den jetzt habe mit meiner Sendung. Wäre ja auch mal was für einen größeren Sender. Muss ja nicht wöchentlich sein. Aber das wäre eigentlich ein großer Wunsch, dass die Arbeit und die Energie und den Spaß, den man reinsteckt, irgendwie auch noch ein bisschen mehr verbreitet wird. Meine Gäste sind cool, ob behindert oder prominent, spielt überhaupt keine Rolle. Mein Essen ist meistens lecker. Außerdem, wenn es nicht schmeckt, sieht man das ja nicht im Fernsehen. Und das wäre vielleicht noch ein Ziel, auf das ich hinarbeite, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Ansonsten sage ich mir eigentlich, man muss immer so zufrieden sein, wie es eben geht in dem Moment, in dem du dich befindest. Du kannst Visionen haben, du kannst dir was erträumen. Du kannst schauen, dass manche Träume vielleicht dann verwirklichbar sind. Aber wenn du dich immer nur im Kreis drehst und um deine Unzufriedenheit drehst, dann bleibst du in diesem Loch. Also mein Leben ist so dynamisch. Es vibriert. Es schwingt. Es ist immer was im Fluss. Es ist immer was am Rollen. Das ist schon ganz sprichwörtlich zu sehen. Und das finde ich spannend. Und es soll irgendwie nie stagnieren, nie stoppen. Dynamik ist für mich extrem wichtig. Wenn unsere Hörer jetzt neugierig geworden sind, wo sie denn das nächste Mal Dinner for Everyone anschauen können. Ihr habt ja verschiedene Sendeplätze auch. Kannst du mal erzählen, wann hat man da das nächste Mal die Möglichkeit? Auf jeden Fall ist die beste Gelegenheit natürlich im Internet zu gucken. Auf meinem YouTube-Channel Dinner for Everyone, alles zusammengeschrieben. Oder auf meiner Facebook-Seite Dinner for Everyone. Mich einfach anfragen, adden, die Sendung dort gucken. Dann kann man nämlich auch mal reinklicken, mal Stopp machen. Wenn man dann Spaß am Kochen kriegt, kann man dazwischen auch mal kochen und dann bitte weitergucken. Und das nächste Mal im Fernsehen sind wir, glaube ich, erst wieder im Oktober, quasi nach der Sommerpause. Und jetzt im November zeichnen wir jetzt fünf neue Folgen auf und sind im Februar dann vielleicht mit einem größeren Projekt von Dinner for Everyone unterwegs. Da muss ich mal sehen, ob das klappt. Aber dazu mehr, wenn es dann spruchreif ist. Okay, vielen Dank, Volker Westermann, für dieses wirklich interessante Gespräch. Ich hab zu danken, hat Spaß gemacht.